Eigentlich mehr als nur unglaublich, was sich die letzten Wochen zugetragen hat. All die Geschichten, all die unglaublich geilen Momente, die man uns hier auf dieser Oppositions-Tour beschert hat, lassen letztlich nur einen einzigen Schluss zu. Es ist das Schönste, das Größte, das Familiärste, eigentlich das Wundervollste, was wir in jetzt knapp 15 Jahren freiwillig erleben durften. Unvergänglich lebenslängliche Zeit Stunden oder Tage, Wochen oder Jahre, die Einigung bleibt Unvergänglich, längstlängliche Zeit Diese Tour stellte für uns unweigerlich die Weichen Und genau deswegen gibt's die beiden größten Headliner-Shows im Dezember in Berlin und in Köln. Das, was wir dann erleben werden, kann uns niemand mehr nehmen. Genauso wenig wie all die Tage, die wir jetzt im Kreise dieser großen Freiwild-Familie mit jedem Einzelnen erleben durften. Egal wohin das Herz uns führt Unser Werk ist kein geschenkter Lohn Willkommen bei der Lektons am Arschracken Opposition Vielen Dank!